Ja, unsere Welt ist aus den Fugen und da trifft es sich doch wirklich perfekt, dass unser Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmitt eigentlich von Haus aus ein Verteidigungsexperte ist. Und Landwirtschaftsminister Schmitt hat uns ja bereits auf den großen Kriegswinter 2014 eingestimmt. Sie haben es ja reichlich verfolgt, weil die Russen wegen des Importverbots unsere Äpfel nicht mehr essen dürfen, sollen wir sie jetzt essen, sagt der Herr Schmitt. Und zwar massenhaft sollen wir sie essen. Apfel essen gegen Putin. Herr Schmitt hat es anders formuliert. One apple a day keeps Putin away. One apple a day keeps Putin away. Da macht einer also wirklich Weltpolitik. Ansonsten hat Herr Schmitt vorgeschlagen, sollte man das Obst an den Schulen verteilen. Also aber nicht für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder, nein, um Putin zu ärgern. Werden wir jetzt die Schulen mit Äpfeln fluten und wenn unsere Schülerinnen und Schüler dann irgendwann sagen, wir hören in Cheops, wir sehen uns nicht schlecht von den Äpfeln, dann, dann wird Bundesfeldpfarrer Gauck in seiner Neujahrsansprache in einen Altländer Blutapfel beißen und das Volk ermahnen. Wir müssen alle Opfer bringen. Kriegswinter 2014, ich sehe sie schon vor mir, die Kampagnen, die jetzt kommen. Esst Bratäpfel. Das wärmt auch, wenn der Russe das Gas abdreht. Angeblich reichen ja die deutschen Gasvorräte also für sechs Monate. Wissen Sie, wie viel Gas, wie viel Kubikmeter Gas die Russen im letzten Jahr nach Europa geliefert haben? 40 Milliarden Kubikmeter Gas. Minister Schmitt lässt gerade ausrechnen, wie viele Äpfel bräuchten wir, um das in Biogasanlagen auszugleichen. Ja, willkommen im Kriegswinter 2014. Und jetzt sehe ich es manchen Gesichtern hier im Saale an, dass sie sagen, Herr Pelz, jetzt übertreibst mal den Kriegswinter. Ja, vielleicht übertreibe ich. Aber wissen Sie, ich weiß manchmal nicht mehr, was ich glauben soll und wem ich was glauben soll und warum ich wem was glauben soll. Hat doch jetzt wieder geheißen, Putin plant eine Großinvasion, weil er von Neu-Russland spricht. Soll ich es glauben? Ja, sagen die Geheimdienste, es gibt Hinweise darauf. Andererseits, vergangene Woche vor dem NATO-Gipfel in Wales gab es einen offenen Brief an unsere Bundeskanzlerin. Ein offener Brief von zwölf ehemaligen Geheimdienstlern von NSA und CIA und anderen. Und diese ehemaligen Geheimdienstler haben in diesem offenen Brief unsere Bundeskanzlerin darauf hingewiesen, dass die angeblichen Geheimdienstbeweise, dass eine Großinvasion bevorsteht, dass das höchstwahrscheinlich gefälscht ist. Und zwar genauso gefälscht wie die Bilder, die damals beweisen sollten, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt. Sagen die, ist gefälscht. Soll ich es jetzt glauben? Warum soll ich denen jetzt glauben? Den Ex-Geheimdienstlern? Ich kann denen glauben, ja, aber vielleicht auch nur, wenn ich denen glauben will. Aber wem soll ich denn glauben? Soll ich der NATO glauben? Oder dem NATO-Generalsekretär Rasmussen? Rasmussen, ausgerechnet dem. Der NATO-Generalsekretär Rasmussen war von 2001 bis 2009 dänischer Regierungschef und er war in dieser Zeit der größte Schleimer und Arschkriecher vom dummen W. Bush. Der Bush hat ja damals immer gedacht, er hätte Hämorrhoiden. Das waren keine Hämorrhoiden, das war Rasmussen. Der Rasmussen hat sich 2003 hingestellt und hat gesagt, wir glauben nicht nur, nein, wir wissen, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt. Und das war eine glatte Lüge. Und er wusste, dass er lügt. Seine eigenen Geheimdienste hatten ihm genug Berichte auf den Schreibtisch gelegt. Und er hat gelogen, bewusst sein Parlament gelogen, sein Volk belogen, alle belogen, die Öffentlichkeit. Warum sollte ich diesem Lügner glauben? Warum sollte ich dem Rasmussen glauben? Ein Typ, der überhaupt nur deswegen dänischer Ministerpräsident sein konnte oder Regierungschef sein konnte, weil er jahrelang mit einer rassistischen Kleinpartei zusammengearbeitet hat, sich hat tolerieren lassen. Warum soll ich dem glauben? Der hat ja dann tatsächlich dänische Soldaten in den Irak geschickt damals. Und dann kamen die an und dann kam die Ausrüstung von zu Hause nach. Und mit was wurden die dänischen Soldaten für den Wüstenkampf im Irak ausgestattet? Mit Rasenmähern, Schneepflüchen und Streusalz für Glatteis. Ja, ein Versehen. Aber schauen Sie mal, so ein Vogel wie dieser Rasmussen ist in so einer Lage. NATO-Chef, Heiland, steh uns bei. Ja, das war.